ich schreibe das mal lieber aus so ein bisschen ja ja ich weiß ich habe auch kurz überlegt aber die wildcats so leute du sagst mal bescheid hatte ich höre die gehen von ganz alleine reinhäselig gerade hast du sag bescheid wenn es losgeht dann es geht los ist oh mein gott die sind ich habe auch keine die sind einfach reingegangen okay leute absolut große entschuldigung für diese unprofessionalität aber wir sind wir sind im game die farben sind richtig und wir sehen not so bad boys gegen bonn wildcats let's go losers bracket round one also wer hier verliert ist raus und landet wieder an der zweiten liga ich glaube beides teams auch in der dritten liga verliert landet in der dritten liga das ist doch die religion die relegation für erste zweite liga nähe also wer verliert kommt wieder zurück die zweite für die geht es jetzt um den ausstieg in die erste jetzt mache ich die irre jetzt bin ich aber komplett verwirrt es mag sein dass du recht hast naja mag es sein wie soll ist das checken wir auf jeden fall noch mal beide teams kommen aus der zweiten liga wenn ich das richtig sehe da wollen sie am besten nicht wieder hin zurück allerdings wer dieses spiel verliert dieses series verliert der sich ganz schnell wieder in der zweiten liga wiederfinden denn es ist wie schon erwähnt schon das user bracket beide teams schon ausgeflogen einmal das bracket aber auch ja also die wildcats gegen respektables darmstadt erste liga team das kann man mal machen wo wir jetzt mit dem flick vorwachen es ist interessant setzt er hier schon mal ein zeichen tic zu weit aber die geschwindigkeiten das selbstbewusstsein das gefällt mir auf jeden fall ja das sieht gut aus das game das sah nicht so gut aus von gogo aber weiter geht es sieht wieder besser aus wenn wir es jetzt nur bei den back-up boys müssen das problem dass das game sehr wie sagt man das am besten nicht so flüssig aussah ja 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 definitiv also das ist hier kommt fast an den speed ran aus dem game von gerade eben vielleicht mit ein paar mehr fehlern insgesamt aber wir haben noch nicht viel gesehen ich habe nicht halt auch noch nicht auf dem level aber es bietet gut definitiv ja die die liegen werden sehr gut repräsentiert schöner rückpass hier an der stelle goro aber früher stören fliegt leider vorbei die idee war dafür zu stören wieder geblockt von goro gefällt mir aber gefällt mir aber schöne frühe blogs der hamburger das ist das was ich bei den back-up boys sehr vermisst hat weiß gar nicht wie das war du kannst du das vielleicht sagen haben die backup boys denn viel warm gespielt vorher oder sie relativ kalt reingegangen kommt auch an inwiefern du es betrat ist die letzte woche haben zu viel gespielt ja auf jeden fall die letzte woche wieder aber um die weihnachtszeit rum hat alle drei leider sehr wenig ich meine jetzt aber auch zum beispiel direkt vor dem gehen also ich meine du kennst ja bestimmt auch gerade bei rocket league manchmal braucht man ja auch blöd gesagt zwei stunden bis man richtig fühlt ja also ich zum beispiel mal immer zwei spiel mindestens wenn ich sogar mehr und workshop maps und was weiß ich nicht alles ja doch die sind schon einige zeit angewiesen aber doch auf jeden fall diese sie hätten warm gewesen sein sollen ja daran kann es da den excuse kannst du leider nicht auf den tisch legen nein nein es ging mir nicht um die excuse aber ich wollte nur sagen ich habe das gefühl hier bei den not so bad boys dass die richtig warm sind also das wirkt relativ flutschig alles was sie machen wir haben ja schon eine series gespielt muss man dazu sagen die komplette game 5 series ja okay dass das hilft natürlich auch ne aber ändert ja nichts an der tatsache wie ist der stand um die hamburger haie hier sind chat interaktion wie goro uns hier gerade kritisiert hat echt war das kritik auf dem nicht schon darauf macht goro direkt das mantor darauf dass goro uns kritisiert ja nicht so gut tatsächlich na also die backup boys haben ihren ihr spiel um platz eins der dritten liga verloren leider ich glaube die werden das jetzt höchstwahrscheinlich auf platz zwei beenden ich glaube ganz viel pech sogar auf platz drei noch wenn dann noch einige sachen passieren aber höchstwahrscheinlich platz zwei dann hinter dresden splashbrothers gerade gegen glattbach ins untere bracket gerutscht war aber auch nicht viel zu holen die waren einfach so stark die glattbacher ja not so bad boys jetzt auch schon im unteren bracket ja die not so bad boys haben ja allererstes den kit verloren überraschenderweise ja habe ich auch nicht mit gerechnet hat die backup sind sicher zweiter und können sogar noch erster werden da bin ich mir nicht so sicher aber angeblich ja so erik was passiert ich habe gerade in den chat geguckt ja das ist ein bisschen aus den fugen geraten das spiel während du weggeguckt hast auch natürlich das tut mir leid kick off head on head goro gegen goro war schon ein bisschen witzig jetzt vielleicht noch mal gehen muss man aber auch rein machen dann also selbst wenn sich mehr viel ändert aber rein fürs gefühl hier nochmal mit einem guten gefühl rausgehen aber ja ich finde es aber auch sehr geil dass dieses bonn wc genannt haben im moment leider die hamburger ein bisschen fürs klo ja koro muss kurz die für aktivieren gehen dass das wird vielleicht helfen ich rück das layout noch mal ein bisschen so wie steht es um die hauber ist ja ich guck mal wieder kurz rein während goro hier seine eingefühl aktiviert die ahoi boys haben sie hier gespiegelt ne düsseldorf hat spiel 5 gewonnen haben jetzt hier match point steht aber noch 0 0 ja jetzt gerade 1 0 mj macht das 1 zu 0 und wir gehen rüber in den anderen stream wenn ihr die ahoi boys müssen jetzt gerade hier ein match point für die düsseldorfer abwehren in spiel 6 32 führung für düsseldorf aber hamburg führte mit dem spiel gerade 1 0 ich könnte unten rechts in der ecke ein kleines fenster machen man muss halt zwei monitore haben dafür für dieses erlebnis wir konzentrieren uns jetzt mal hier auf das hier chat interaktion hat komagoro hat chat interaktion gefordert und dadurch dass wir abgelenkt waren haben sie verloren also ich meine wenn das kein kammer ist dann weiß ich auch nicht aber aber eine gute aktion goro da mit dem speed selber nach vorne hätte vielleicht schon mal zurück rotieren sollen obex konnte da nicht rangehen ich finde hier sieht man auch an selbstbewusstsein mag das noch lange nicht besonders bei hier bei bei kollegen wie seber der geht da mit einigen selbstbewusstsein an aber das braucht man auch wenn man in der series zurücklegt ich meine sie haben zwar noch ein bisschen luft aber so früher oder später sollte man mal einen gewinnen gute idee davon seber rückpass auf obex der ist da schön gemacht schön gemacht leider der wiff gore jetzt vielleicht hat die control ja holt sich die haie ab wunderbar wunderbar sehr schön gemacht ich muss sogar sagen die lotze bad boys gefallen mir hier gerade mit am besten so von vom game her oha das wird schon was heißen ja also das ist das spiel das sieht ein spiel aus mir gefallen die erste bei den not so bad boys ja das ist auch da ich glaube im ersten spiel einfach nicht einfach leider kein kein reinbekommen in den kasten kann auch mal passieren auch wenn man drückt deswegen ist es ja ein best of five damit sie da noch zurückkommen können schöner block von seber wird aber abgefangen jetzt groß ist der obex sieht der obex a obex an da nicht wirklich rangehen da klar kannst du da da kannst du nicht drauf vertrauen das ist gut dass noch wenn man bekommt jetzt der pass in die mitte haben ein bisschen steil die idee aber zu steil auf jeden fall wo vielleicht jetzt noch mal in die mitte ist rechtzeitig ab sieht obex a obex dafür ist der gute mann auch bekannt für seine schluss schluss accuracy aber auch schön vorbereitet von goro da also obex mit den schüssen aus der zweiten linie die auf dem silbertablett die macht die macht der junge jeden tag all day scottet in ja und dann sitzt hier schon mal ganz anders aus also ich meine auch schön auch auf der linie ist der mann auch top gerade gezeigt sehr gut weil sie schon ganz anders aus also ich meine da sieht man auf einmal nicht mehr so viel von den wildcats die haben sich ziemlich einlullen lassen herr obex auch so ein bisschen das rückgrat der not the bad boys finde ich immer spielt ja immer sehr defensiv hat sie fokussiert sich auf die die sicheren schüsse aus der backline aber macht seinen job dass er solche leute braucht man es ist einfach so nicht immer nur flash plays aber absichern das gewinnt ja auch spiele schöne 20 für jetzt ja das gefährlich aussehbar kommt auch noch mal rango schön gemacht hier ganz locker weitergeleitet so aber jetzt goro ist rechtzeitig wieder da loja hat keine once erfahrung glücklicherweise aussehbar kommt hat jetzt platz mal gucken sehbar da hätte er mehr draus machen können hatte eigentlich alles alles frei hatte auch den boost der für nötig war aber mehr drin nichtsdestotrotz schöne pass idee auf obex ja schön das ist schön wunderschön das gemacht genau das was ich bei anderen finde das so ein schöner in fit pass auf obex den mann wie erwähnt der scotty allday da kennt er nix auch ein sehr passenden titel wie ich gerade gesehen habe silent knight der stillekrieger passt passt sehr gut für seine rolle im team ja obex auch generell eher ruhigerer charakter aber macht seine rolle wunderbar und das ist ziemlich deutlich bisher also die die bonner haben bisher keine antwort also dem spiel nichts zu sehen von dem bonner ist es war ein zwei situation wo dann gut auf der linie geklärt wurde aber die die boys auf jeden fall noch hungrig die wollen noch nicht wieder zurück die zweite liga gehen nicht die dritte egal sowie das im chat geschrieben wurde erste zweite dritte alles deutschland fand ich sehr fand ich sehr gut ja da wird erst mal das ölk dieses in den chat geschrieben da ist ein kbm player am start der wahrscheinlich mal auf dem chat gekommen ist mir auch schon einige male passiert bist du kbm spieler ja oha ja und da kann schon mal kommt da obex noch ran ne oh ja unglücklicher bounce mal was da genau sie war wieder mit dem pinch das hat wo ja eben angesprochen das war der game winner in game 5 im unglücklicher pinch also der game loser meinst du ergeben ja ja für die not the bad boys erscheint selber unglückliches händchen für zu haben dass die das öfter passiert ja aber wichtig ist jetzt auf jeden fall nicht zu viel darüber nachdenken einfach daran festhalten was man das ganze spiel bisher gezeigt hat ja einfach unglücklich aber im grunde bedeutet das nicht viel und einfach weiter nach vorne spielen ich finde bis jetzt ein saustarkes game der not so bad boys da können sie sich von so einem unglücklichen bounce das sollten sie nicht aus der ruhe bringen lassen auf keinen fall das schön von obex weitergeleitet kann leider nicht nur das speed aber der follow von goros da legt ihn gefährlich vorstor aber schöne reads von den bonnern obex mit dem dank kann der recover ja der mann ist on fire obex ist der ist richtig hot gerade obex will auf keinen fall der 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 will nächste woche noch spielen der will noch nicht nach hause gehen obex will auf jeden fall noch nicht nach hause gehen obex hat komplette kontrolle hier gerade über das spiel 2 übernommen ja finde ich auch noch mal wichtig gerade wo vielleicht bonn noch mal ein bisschen mut fassen konnte mit diesem lucky pinch dass sie auch noch mal nachlegen sozusagen gar keine zweifel aufkommen zu lassen wer hier das game in der hand hat ist ja auch gerade noch mal extra wichtig weil wir dürfen nicht vergessen das ist nur der ausgleich in der series ja ist nicht die führung oder sonst was wir resetten hier das heißt nicht zu übermütig werden dass jemand rausgequittet gerade sah gerade so aus ich glaube nicht ich glaube das war ein visual bug oder so doch nicht da ist jemand in den spekt und auch in den spekt hat das gut ist ja bei dem jungen ach was das ist nicht der rage quit das ist der rage spektate bekannter move bei den bonnern naja dass das das zeichen dass du reins haben muss code naja gar keine wahl und wir wechseln auf snow day ist jetzt wieder dabei ja ist dabei ist vielleicht das auto gechanged ob wir beim anderen auto dabei ist weiß gar nicht ja davor octane gefahren ich kann keinen unterschied feststellen obex passt gut auf seber da ein bisschen unglücklich das ist aber auch wort ja da wird er nicht ankommen ist schon früh gesehen aber obex da obex gefällt mir sehr gut ja obex bis jetzt auf jeden fall der mvp mal gucken wie sieht das noch nicht weiter an series picket aber schönes passing play da muss der backpost stehen bleiben da ist ein bisschen zu weit ins tor gefahren aber auch gutes play der bonner muss man sagen ja das ist ein ganz starkes play ja sehr schöne tor explosion auch gefällt mir gut dann schwarz weiß eric was hast du dazu der sind also bad boys muss sagen wie es ist haben das zweite spiel komplett dominiert und jetzt wieder in rückstand das ist ja der achterbahnfahrt hier hoch und runter geht das mit den emotionen offener schlagabtausch könnte man sagen ja auf jeden fall das beschreibt es sehr gut schauen aber gute übersicht aber das war nix aber ist noch nicht vorbei ist noch nicht vorbei der mann hat vielleicht das war sogar noch weniger leider noch weniger als nix ich den blog da vielleicht nicht versuchen sollen beim nächsten mal besser machen aber gerade sagen also ich glaube der go vielleicht schon moment früher rotieren können generell paar abstimmung schwierigkeiten vielleicht ein erstes anzeichen für eine leichte nervosität coaches meinst du auf jeden fall also das break geht es natürlich immer noch was anderes das ist unangenehm so das break jetzt ist unangenehm wenn du weißt verlierst jetzt und dann war deine ganze season ich will nicht umsonst sagen weil es hat natürlich immer das umsonst ist es nicht aber jetzt natürlich schon den aufstieg ist auf jeden fall da eine starke einzelaktion über 15 20 sekunden da von joki er zeigt seine jokios ruhe wissen schwer auszusprechen ich würde sagen wir sagen juki 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 oder juki 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 hat auf jeden fall er hat auf jeden fall bock also auch gerade eben wo er lange am ball waren einfach auch eine situation immer noch da muss doch mal irgendwer rangehen jungs das war gar nicht raus in der absprache da dann noch zu bad boys wie also jetzt so gut wie sie mir eben gefallen haben so ich weiß nicht ob mir so schlecht gefallen sie mir jetzt auch wenn man das so sagen kann weiß was ich meine man kann das absolut zu sagen aber gefühlt hat dreht bonn hier aber gerade auch aber an der temposchraube du ich weiß gar nicht was mit dem passiert ist also ich meine ähnlich wie in der backup boys series würde ich sagen da haben auch der nachdem eins zu eins ist serious haben auch die richtig aufgedreht jetzt machen die bonn wildcats hier dasselbe dem beispiel dran die hamburgerteams haben es heute nicht einfach ist ja schwierige gegner das ist ein bisschen verdächtig aber auch nur also naja naja wollen wir mal nichts unterstellen wir wollen natürlich noch ran mit dem miss hatte aber nicht erwartet mit dem ist er sich nicht aus jetzt ganz viel glück ganz viel glück auf seiten der hamburger da muss es eigentlich 2 zu 0 stehen selber noch dran ob es mit dem wiff aber wenn der backbone jetzt schon hier anfängt zu zittern dann sieht es ganz düster aus für die hamburgere aber gute idee war eine gute idee ja kann man gut so überraschen selber da mit dem überraschenden jetzt der backpass auf goro war das ein team beim ja das war selber der kohada rausgewandt hat das wäre ein gutes setup geworden für go jetzt aber obergs vielleicht aber geblockt schade aber der mann hat hat trotzdem immer noch die ruhe weg er hat man auch gerade der play gesehen da schön hinterher geglitten da an der luft obergs gefällt mir immer noch sehr gut ist aber leider nicht so der mann für die solo place also so schwierig ist er ist er ist er die konstante im team jetzt brauchen wir er und sie wurde der main aus dem spiel um zu drehen wird sagen also gerade von selber hätte ich das eigentlich ein bisschen erwartet dass da noch mehr kommt ein paar mehr versuche die auch gefährlich werden sozusagen ja vielleicht vielleicht findet er ja noch seine form vielleicht muss er das auch auf jeden fall weil stand jetzt eine minute nicht mal mehr zu spielen sind die hamburger nach hinten und dann stehen sie auch schon mit dem rücken zur wand wieder also aber jetzt schade gute idee aber noch 40 sekunden auf sowas muss man aufbauen jetzt sowas muss man aufbauen da muss aber wieder ins nix leider selber kommt auch nicht daher jetzt aber kriegt den ball nach vorne noch vielleicht versucht auch zu dem und war auch richtig schön oberg da jetzt selber bringt das ist nicht gefährlich genug leider nicht zwingend genug nicht hoch genug nicht stark genug nix nix von beiden leider jetzt langer hafer aber der ach ja ich hab jetzt da an der decke ist immer schwer zu predikten kein eigentor bitte sobald jetzt ein langer ball von obergs ja aber den kann er droppen das ist aber aber da kann der ist natürlich sehr ungünstig job da außen knickt direkt runter schwer was zu machen ja und jetzt natürlich dass das ungünstige szenario dass sie mit dem rücken zur wand stehen noch einen game im zweifel das break jetzt zwei match point jetzt verbunden eine niederlage und die saison land not so bad boys vorbei wollen wir es nicht hoffen aber sie müssen auf jeden fall was tun sie müssen ihre form aus game two wiederfinden ja also game two ultra stark eigentlich also sehr stark gespielt ist da sehr sehr schön aus was sie da gemacht haben game drei leider überhaupt nicht naja let's go fünf minuten wir hoffen wir sehen noch mal ein bisschen mehr ist leider den noten leben in game drei einfach nicht geplatzt das 1 zu 0 immer ein bitteres ergebnis besonders weil sie auch ihre chancen hatten manchmal manchmal passiert es einfach nicht da rein dann ist das so nächsten game dann wieder goro kann die da nicht noch mal blocken obergs jetzt aber dran kann ihn selber follow up über zwei wo ist der mittelmann ach ja da kann man ein bisschen unglücklich von der seite hätte goro vielleicht ein bisschen bessere position gehabt wenn er schneller da gewesen wäre aber jetzt auch nicht overkommen also obergs da gute übersicht weiterhin bleibt dabei schade findet ich glaube dass also ich sehr schwer zu beurteilen ob sie oder kohle sein müssen aber wenn obergs da an der seite zwei an zwei mann vorbeispiel dann kann man schon erwarten dass der eine in der mitte den auch verwandelt schade sie mal nach schwierig den wiffen zu prädikten aber gute pressure phase jetzt ob es auch wieder rein aber sie müssen sich belohnen ansonsten schwingt das ganz schnell um ja das sieht nicht nach einem besonderlich produktiven touch aus für you peon a recovered aber gut ein interessanter pass durch den 16 aber alles gegangen obergs da wird weggeholt von loja weiter clear war leider wieder weggeschenkt relativ viel rumgeholze hier wird einfach nur gebägt von 16 16 nicht viel durchdachte aktion als brauchen das tor auf jeden fall der knoten muss platz damit schon lange kein tor mehr gemacht seit game zwei selber da schön weggeholt den goalie so kore jetzt schöner schuss selber auch mit einer guten idee da nochmal den torwart ein bisschen zu belästigen jetzt weiter druck machen macht obergs auch sofort ab der weiß dass er druck machen muss sie aber auch wieder da sie sind bemüht ist das sieht gut aus sie lassen nicht nach jetzt nicht aber das ist jetzt natürlich unterbricht die streaks so ein bisschen ja aber direkt wieder nach vorne ja obergs also sind verrutscht hat leider kein direkter follow auch da will kommen mit überspielt können sie sich da ganz wichtige demo ganz wichtige demo aber immer noch von namen drücker jetzt der ball kommt in die mitte da ist eine ab und da ist das tor ja was soll man dazu sagen das ist wir haben ihre chance nicht genutzt bist du so und präzise druck der hamburg dann ein double kommt hinten und schon kann es sind ja lieber seit fast zehn minuten kein tor mehr gemacht das ist natürlich auch bitter ja und dann also ich meine eben gerade in der situation natürlich auch ein ganz kleines bisschen die zöger also das zögerliche im verteidigen jemand hätte vielleicht mal backbord rechtzeitig gehen müssen oder früher ab weiß nicht ob der boost vielleicht gefehlt hat dafür bräuchten wir die übersicht nächstes mal ja auf jeden fall was können wir ja das ist jetzt natürlich eine ganz schwierige situation für die not so bad boys eine halbe minuten und sie stehen vor dem saison aus da muss jetzt noch was kommen aber will ich aber stark es ist leider noch mal gebaut da kann ob es nicht viel machen aber das darf in kurzem nicht mehr nach zweiter liga sondern nach erster liga aus das play war ein sehr schönes play wie gesagt leider gebauen stark da kann obex viel machen aber wichtiger stay und jetzt vielleicht mal über die flanke ein bisschen überraschen da es ist offen obex den lässt er sich nicht nehmen kann aber obex erst recht nicht der mann erst recht nicht absolut ungefährdet da ins tor gefahren jetzt wird richtig spannend jetzt wird richtig spannend ich spüre das game 5 du coach wenn ich ganz ehrlich bin der moment schon momentum schiffe da sein ja der ist aber noch heiß auch beide ab wenn ich das richtig gesehen habe waren da beide ab ich weiß es ich glaube obex hat rechtzeitig abgebrochen ja kann gut sein was da aufpassen mit wenig booster von in der ecke rum zu krempeln und hat aber noch kontrolle betrifft ihn fris geht nur hat ihn gefällt einer tor jetzt runter zu hoch und der preacher ganz wild jetzt hier ja 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 1 zu 1 über 30 sekunden und go geht für den free jump eieieiei der mann denn auch kommt ein von sie war hat aber den beat da ist aber goro hat bekommen er hat sogar boost jetzt vielleicht ein flick geht auf den 50 resultiert darin dass yuki und nein er machte er macht den fake er macht den fake und das tut weh das hat mir auch obex gibt ja das hat mir von goro nicht so gefallen muss ich ganz ehrlich sagen leider also er ist da zögerlich gewesen direkt an den ball ran gehen können und dann spielt er den ball einfach weg obex wird gebrannt und dann musste sie aber gegen den flippen set da kann er auch nicht mehr jetzt noch zehn sekunden obex mit dem free jump loja faked das ist das ist kein schönes ende also die partie war deutlich besser als das was wir jetzt hier am ende zu sehen bekommen da war war der choke wieder da also ich glaube anders kann man sich beschreiben selber da direkt raus glaube nicht dass er zufrieden ist kann ich auch verstehen kann ich kann ich auch verstehen aber ja also hat hat aber auch nicht nicht die sache in die hand genommen irgendwie also von seber haben wir jetzt finde ich nicht so viel gesehen mir ist jetzt nur obex aufgefallen ob es finde ich eine starke series gespielt auf jeden fall der kann sich da nichts vorwerfen lassen wurde auch gebammt beim letzten tor da kann er nichts machen definitiv ja aber ich höre gerade wir kriegen ein interviewpartner ich gern den obex glaube ich mal obexer eher ein ruhiger der oft glaube ich nicht zum interview gefragt wird ich finde er ein super spiel gemacht ich finde er der könnte mal kommen ich glaube sie war wahrscheinlich ein bisschen zu tilt gogo hatten wir schauen und obex sowieso meiner meinung nach der beste spieler hier auf dem platz gewesen ähm berri die hahoi boys haben leider vier zu zwei verloren gegen die dragons moin moin ach das ist nicht obex stimme das ist richtig obex wollte nicht ich habe direkt gefragt wer will ins interview obex sofort dibs obex ist komplett schade hat ein gutes spiel gemacht der mann hat mir hat mir sehr gut gefallen ja aber also weiß nicht interview technisch ist bei ihm glaube ich ja ich dachte vielleicht ist ja eher so ein ruhiger wissen wir ja aber ich dachte vielleicht vielleicht hat er ja bock aber ist auch nicht schlimm ja ja was war beim letzten tor los hat mir nicht gefallen bin ich ganz ehrlich ich habe einen scheiß 50 geholt sage ich es wie es ist ja ein bisschen zu zögerlich auch davor ich weiß nicht in drei haben die 1 0 gewonnen durch wieder ein pinch von seber oder sowas aber gleiche ist auch uns gegen greenkeepers passiert ja das war echt ich weiß nicht ob es game 3 war aber wieder ein pinch von seber dabei der wieder in eurem tor landen aber auch schon direkt da gesagt das ist irgendwie passiert ihm öfters dem also es ist irgendwie unglücklich ja ich habe aber auch nicht ich habe keine redirects irgendwie raushauen können nichts also war auch kein gutes spiel von mir ja keine ahnung wir haben wir haben echt nicht zueinander gefunden so zweiten game das zweite game fand ich richtig gut also das war sehr stark fand ich also richtig stark das hat richtig spaß gemacht zu gucken da das hat dass die richtig gut ja aber davor habe ich auch geschrieben jetzt wird die aktiviert aber ja zweite game war da da dachte ich auch dann ist es dann 1 1 war dachte ich dass das haben die jungs aber dann kam nichts mehr habt ihr auch ja wir haben in offensiv nichts gemacht ja ein tor gemacht in den letzten beiden spielen noch das war zu wenig kam gegen golo und seine truppe ist es immer ein bisschen interessant also ich weiß nicht ob ihr den chat ein bisschen verfolgt habt als den in-game chat in rocket league ja kriegt jetzt dabei ja ich weiß nicht was mit dem typ los ist alter keine ahnung irgendwie aber naja ich weiß nicht ob ein paar kollegen jetzt gerade im twitter von ihm sind aber ja weiß nicht der letzte kommentar dank fürs cream noch mal keine ahnung ob das ich ich glaube das war jetzt auf der die series eben gerade bezogen und ja keine ahnung sowas kann man eigentlich lassen ach ihr habt nicht gescrimmt wir haben gegen die vorher gescrimmt aber keine ahnung für mich also wenn ich das jetzt so lese kam wirkt es für mich so als meinte er die series danke fürs scrim so ich glaube ich glaube du bist dazu dicht dran ich glaube der meinte das nicht okay ja gut würde ich nicht so lesen würde ich so nicht unterschreiben ja gut aber ja das ist richtig wir sind jetzt raus aus der relegation was würdest du sagen zur ganzen season abschließend zur season ja ich würde mal sagen dass es mehr oder weniger zu erwarten war also ich weiß nicht ich bin jetzt vielleicht ein bisschen pessimistisch in die relegation reingegangen habe halt versucht mein bestes zu geben aber für mich war es mehr oder weniger also ich wäre überrascht hätten wir die relegation in die erste liga geschafft ja aber ein bisschen weiter als über break it round one war ja schon eigentlich ja der anspruch ist natürlich ein bisschen enttäuscht gegen greenkeepers zu werfen ist natürlich scheiße das hätten wir definitiv haben können und hätten wir eigentlich an die leistung von game 2 eben gerade angeknüpft dann werde ich ja auch eine series drin aber ja ich weiß nicht ob euch irgendwas aufgefallen ist was wir jetzt irgendwie verbessern ist wahrscheinlich rotation oder irgendwie sowas wieder ein bisschen zu zögerlich fand ich die offensive oder offensive nicht so der offensive teilweise habt ihr auch im letzten game gut pressure gemacht aber dann also für einen gewissen zeitraum irgendwann war es dann immer einer der der dann gezögert hatten das hat dann die ganze offensiv phase gebrochen ja defensiv auf jeden fall zu zögerlich da 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 war oft keiner keiner vorne dran fand ich ja offensiv sah das eigentlich echt gut aus teilweise im es war immer einer da immer einer der das 50 noch holt hat den blog um die die druckphase da zu behalten aber der ball der wollte auch einfach nicht rein ja gut dann noch mal würde ich mal sagen danke für den cars mehr oder weniger bin ich ja jetzt raus aus der relegation kann ob du sonst morgen nächsten morgen ich sag die ganze zeit morgen nächste woche montag auch noch mal carsten willst coach ansonsten welcher nächste woche montag wieder zur verfügung also mir spaß gemacht eigentlich weiß ich nicht können wir dann gucken genau können wir dann gucken ich weiß nicht wie es bei dir aussieht eric auf der zeit hast ich werde wieder stream ja okay gut sehr schön gut dann vielen dank euch noch einen schönen abend und macht auch an den chat sagen die ebenso macht gut go tschüss